Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kasper und ich treten dem Militär bei. Heute wird es auf jeden Fall echt heftig. Wir müssen auf jeden Fall Einsätze machen, Leute. Und werden darauf vorbereitet. Es wird sehr, sehr spannend. Es ist auf jeden Fall echt krass. Also guckt auf jeden Fall bis zum Ende. Tret auf jeden Fall gerne auf euer Handy, Leute. Drückt noch auf den Like und auf den Abo-Button und auf die Glocke. Und jetzt hat es dir Spaß mit dem Video. Yeah, Kasper! Das geht abrochstum! Ich bin Sergeant geworden. Letzte Episode. Also, wenn ihr nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall letzte Episode. Aber heute wird es auf jeden Fall krass, Kasper. Oh Gott, oh Gott. Aber was können wir hier erstmal? Lass uns jetzt noch ein bisschen aufrüsten. Das Ding ist, ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr aufrüsten. Weil das Problem ist, ich habe alles Mögliche gekauft an Sachen. Also ich gucke gerade. Ich habe 13 Dinger nur. Also wir wollen 25 für eine Sache. Ah, okay, okay. Warte mal, warte mal. Hä? Was ist das denn? Wie komme ich denn hier aus dem Menü raus? Einfach auf Nahe klicken. Einfach auf Nahe klicken. Okay. Also wir haben jetzt hier so ein paar Missionen, die wir bekommen können. Ja, aber was genau wir machen? Hier, vier Geiseln retten, neun Bomben entschärfen. Okay, komm, komm. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zum Helikopter, Kasper. Abflug. Und Abflug. Let's go. Yo, jetzt ein kleines Übungsgelände. Okay, erstmal warm machen, erstmal warm machen. Genau, lass uns das mal ein bisschen warm machen jetzt hier, bevor wir jetzt irgendwie Leute abschießen oder sowas. Ja, ich sag's dir, ich sag's dir erstmal ein bisschen wieder reinkommen, ne? Okay, also das Ding ist, wir müssen das Ziel jetzt mal ein bisschen besser machen. Also hier wieder rüberspringen, über das Auto rüber, dann über so eine Paletten. Ja, das geht ja, ne? Boah, es ist in Ordnung. Boah, die Barrels da hinten, Alter. Boah, Gott, okay. Und haben wir auch wieder, sehr schön. Boah, die Kanister, die Weißkanns, ich Kanister. Oh Gott, oh Gott, hier auf die Motorhaube, sehr schön. Wie heißt denn diese Teile nochmal hinten? Fässer. Ja, Fässer, genau. So, hier rauf. So, aus dem Weg, ich bin hinter dir, ich bin auch nicht. Ey, wir kriegen auch, ich bin fast schon Spezialist, ja, ich bin noch nicht ansatzweise Spezialist, aber ich bin fast Spezialist. Es geht los in den... Oh mein Gott, ich muss auswählen, Angriffs-Rifle-Man, Strohl-Flinter, Scharfschütze. Ich ne, ne, den hab ich, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht. Okay, okay, ich muss Maschinenfräsen nehmen. Ja, den nehm ich auch, den nehm ich auch. Und komm, erstmal Schussübung jetzt. Und? Und die raus? Oh Gott, sieht jetzt cool aus. Das sieht echt, Alter, das sieht echt voll cool aus. Hier, komm, drauf ballern. Und, sehr schön, hier nächste. So, hier auch nochmal Headshots verteilen. Sehr gut, hier oben, den hole ich mir auch nochmal weg hier, so. Oh, wir kriegen jedes Mal Punkte, glaube ich. Ey, ich sag mal, ich bin fast schon Spezialist, ne? Ehrlich, ich bin Sargent, ich brauche 1000 Punkte. Ey, ich brauche 750 Punkte für Spezialist, ne? Gut, da bin ich doch noch nicht Spezialist, sondern so nah. Ne, ne, aber ich kriege ja auf jeden Fall ordentlich Punkte. Also, Headshots bringen, glaube ich, auch nicht was. Ja, macht das den Einzelnen zu schießen, oder? Ich bin noch nicht ganz so geübt da drin. Ne, 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 ich glaube, du kannst einfach schießen. Einfach drauf ballern, okay. Einfach rauffauen. Ich glaube, Headshots bringen zwei, Körperschüsse eins. Ah, okay, sehr gut zu wissen. Hier nochmal, so, komm. Boah, hier mache ich nur Headshots, ne? Die bringen manchmal echt viel. Also, das Ding ist, das Training ist echt gut, dass wir gleich richtige Leute abschießen. Ja, Alter, das ist auch eine richtig gute Übung, wenn wir gleich wirklich... Es geht los, Brock, so. Es geht, glaube ich, los, oder? Ich glaube, es geht in den Einsatz, oder? Oh, ne, wir müssen erst mal üben jetzt hier kurz den Grund, dass... Wow! Abseilen üben. Oh, okay, runter hier. Okay, also wirklich für den absoluten Gefecht müssen wir uns auch abseilen können, ne? Ja, weil gleich müssen wir, glaube ich, von einem Helikopter runter und dann müssen wir sozusagen eindringen in irgendein Gebäude oder so. Genau, und wir kriegen auch jedes Mal 30 Punkte, wenn wir das fertig haben. Das war viel. Boah, richtig gut, richtig gut. Es sind 15 Headshots. So, jetzt hier. Oh, komm, 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 weiter, weiter, weiter. Keine Müdigkeit, keine Müdigkeit. Ich bin immer besser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, rechte Linke, oh, rechte Linke. Wo ist das Kumpf ab hier? 1, 2, 3, 4. Lass, 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 lass. Der Feind ist auch nicht müde. Einmal Schamis noch. Der Feind ist nicht müde als du. Komm, weiter geht's. So, nochmal runter und... Ja, ich habe es noch geschafft. Ich glaube, das war ganz richtig. Noch einmal, komm, Kaspar. Komm schon, wir laufen beide los. Noch einen. Komm schon, komm schon. Noch einen. Noch einmal. Bring. Los, Rund. Ja, den habe ich auch noch. Ich habe es noch mal. Kann ich nochmal machen? Warte mal, das glaube ich ja gar nicht, dass wir es nochmal... Das können wir nicht schaffen nochmal, oder? Nein, das schaffen wir niemals. Niemals. Ne, oder? Nein, ich war direkt davor. Ich wollte gerade reinlaufen. Verdammt. Okay, ich muss mal Machine-Phrase auswählen. Oder? War das schlau? Wir sind im Einsatz. Nein, die sind voll weit weg. Oh, die kommen. Die sind gesprintet. Die spinnen. Oh Gott, was? Ba, 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 ba. Hey, die, die. Hier, wir müssen uns verteidigen. Ich habe einen gekillt. Ich habe einen gekillt. Alter, hau mal ab hier. Aua, der schießt auf mich. Aua, aua, aua. Ich habe Schmerzen. Naja, nicht die sterben, die sterben. So, jetzt hier, komm. Ja, okay. Krieg ich geholt. Der wird geholt. Ja, schön auf den Kopf drauf. Der wird geholt und der wird auch geklaut, Mia. Alle weg, alle weg. Okay. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen neue, da kommen neue. Da kommen echt voll viele. Warte mal. Sehr gut, hab ich, hab ich. Auch den hier. Auf den Kopf schießen. Der ganz rechts, der hab ich auch. Sehr gut, sehr gut. Hier können wir uns ein bisschen Deckung verschaffen. Oh Gott, es werden immer mehr. Oh mein Gott. Oh, der schlägt gleich. Der schlägt gleich. Ja? Siehst du den da vorne? Der ist gleich tot. Oh mein Gott. Die haben ihn getötet. Nein. Alter, die schlägt so viel auf mich. Du musst nachladen. Ah, die schießen halt auf mich. Lauf, lauf, lauf. Ich helf dir, ich helf dir. Komm. Oh mein Gott, noch helfst du das Leben. Hab ich, hab ich. Okay, alles gut. Wir können noch mehr. Oh Gott, abrück, zurück, zurück, zurück. Rück, zurück. Zur Base, zurück, zur Base, zurück. Einen hab ich gekillt. Einen hab ich gekillt. Der vorne, der mit der Schrotflinde ist gefährlich. Du kannst die Waffe auch wegpacken auf eins. Auf eins, ja. Und dann? Ja, und dann kannst du schneller sprinten. Oh Gott, ich hol sie alle weg. Ich hol sie auch weg. Ja, ich hab alle geholt. Nein, ich nicht, leider. Oh Gott, wieder. Oh nein. Lauf. Komm, hier nochmal, hier nochmal. Los. Einen hab ich geholt, Kaspar. Zwei hab ich geholt. Ich hab auch einen geholt. Sehr schön. Ganz wichtig. Hier nochmal, hier auf dem Kopf. Zweiten. Oh. Dritten. Oh, ich bin aufgeschicken. Wir sind so viele. Oh mein Gott. Ich halt einfach rein in die Olga. Ich auch, aber keiner geht drauf. Ich bin gleich tot. Ich bin 1HP. Oh Gott, ich muss abziehen. Oh, du musst abziehen, Kaspar. Oh mein Gott. Dem ich meinen Helm. Oh, du bist der letzte, du bist der letzte der Gang. Oh mein Gott, ich hau sie alle weg. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, Feinde gerodet. Nur wir drei haben überlebt. Ey, wir waren doch gerade vier, nicht? Oh, warte mal. Wir müssen doch unseren Squadleader hören. Er sagt uns gerade irgendwas. Squadleader ist der hier. Hallo? Was will denn machen? Hier ist die Geisel. Guck mal, das ist eine Geisel. Oh, die müssen wir retten. EN 451. Okay, okay. Komm, lass mal einsteigen in den Helikopter und los. Okay, ich würde sagen, komm Kaspar, wir steig ein. Ich flieg das Ding. Was sagt der Sargent? Er sagt rein hier. Okay, er sagt rein. Er sagt rein. Ich flieg das Ding nach Hause, komm. Fliegst du das Ding nach Hause? Ich starte das Teil. Warte mal, muss ich starten? Ich glaub ja auch, dass du es schaffst. Das sieht schon echt verrückt aus. Dann müssen wir uns jetzt gleich abseilen oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt ist nämlich das Training vorbei. Jetzt ist das Ernste am Start, ja? Ey, warum denn? Wir müssen nämlich eine Geisel befreien jetzt gleich. Hast du das verstanden? Ja, okay, okay, okay. Also, wie heißt es noch mal? E-N-O-4-5-9 glaubst du es sein. Nein, E-N-4-5-1. E-N-4-5-1, okay, okay. Ich muss mal sich noch merken. Das Ding ist, ich glaube, ich werde gleich aufleveln. Ja, ich muss, ich kann nicht alles machen. Ich muss fliegen. Wow, Kaspar, ich fliegen hoch. Ich glaube, ich werde gleich... Ich versuch das Ding gerade zu halten. Ich glaube, ich level gleich auf. Ich bin Sergeant. Ich habe mir fehlen nur noch 160 Punkte. Ich habe schon... Oh, sehr gut, sehr gut. Ich nehme, glaube ich, auch die Maschinenfräser wieder. Dann bin ich Schroflinter. Abseilen! Oh Gott, okay. Das sind schon Feinde. Oh Gott, oh Gott. Ich seile mich ab. Die haben mitbekommen, dass wir gekommen sind. Wir müssen eingreifen. Oh mein Gott, das sieht voll krass aus hier. Wir müssen eingreifen. Ich habe einen geholt. So. Aus dem Weg. Oh Gott, da sind wohl viele. Wow. Wow, pass auf, sie haben Sniper. Wow. Ich habe zwei. Da unten ist da einer. Oh Gott, noch zwei noch holen. Okay, ich habe auch geholt. Weiter geht es jetzt hier. Vorrücken, vorrücken. Irgendwo muss die Geistes sein. Hier, komm, da hinten. Ja, sehr gut. Die wurden beide geklaut. Alles gut. Hier, da hinten. Oh mein Gott. Oh Gott, sind das noch viele. Direkt vor mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Einfach reinballern, einfach reinballern. Der Sargent läuft vor mein Geschoss. Den habe ich. Oh Gott, den habe ich auch. Oh. Sehr schön, sehr schön. Oh nein. Oh mein Gott. Okay, den habe ich auch. Ja, weg, 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 weg. Der Sargent läuft immer davor. Ja, der ist das Schreckliche. Er klaut einfach. Okay, den habe ich geklaut. Haben wir, haben wir, haben wir. Hier in der Schlucht. Wie in der Schlucht? Hier in der Schlucht. Oh Gott, fall nicht runter, fall nicht runter. Wie war es runtergefallen? Da war einer in der Schlucht. Ehrlich? Ja, einen Feind, den habe ich in der Schlucht. Der stand irgendwie in der Schlucht drin. Okay, krass, krass, krass. Und wir müssen jetzt hier, oh, wir fehlen fünf Punkte. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, hier geht es weiter. Oh Gott, oh Gott. Ja, hier ist die zweite Abteil, da hinten. Ey, Sargent, geh raus zum Weg. Hinterhalt. Ja, ich bin wieder aufgestiegen. Ich bin Mitarbeiter-Sergeant. Oh, sehr, sehr gut. Hier? Wow, hier sind voll viele. Komm, hier oben nochmal einer nach dem anderen. Ich will ausschrufen. Oh Gott, die machen mir gut Schaden. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich habe deren Waffen gesichert. Ach, cool. Soll ich beide geholt. Es geht weiter, es geht weiter hier oben. Da ist eine Bombe, da hinten. Hier ist die Geisel. Ja, ist die Geisel. Ja? Ich befreie ihn. Befreie ihn? Oh, sie beschützen ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn. Komm, komm, komm. Hattest du sie beschützen ihn? Wir müssen die Geisel befreien. Ich schnapp sie, ich schnapp sie dann alle. Hier, weg mit dir. Den nach da oben, den nach da oben. Hier oben, hier oben, hier oben. Das weg, das weg, das weg. Okay, hier oben noch. Ja, oben, neben der Schrufhinter. Was auch, der ist der Schrufhinter. Hier links, oh Gott. Rebecca, back up. Hast du die Geisel? Hab ich, hab ich, oh Gott, der macht mir voll schon an. Ja, so. Weg mit dir jetzt. So, oh, weg mit dem. Oh Gott, mit Helm, mit Helm. Ich brauche jetzt mal Hilfe hier von meinem Team. Wo bleibt ihr denn? Ich bin hier, ich bin hier, Kaspar. Ich bin hier. Ich brauche deine Hilfe schnell. Hier auf den Typen. Ja, sehr gut. Und dahin ist auch noch einer. Ich habe ihn geholt. Vor uns. Hab ich. Hab ihn. War es das? Da oben ist noch einer. Da oben, da oben. Ich schnappe ihn mir, ich schnappe ihn mir. Ja, sehr schön. Hab ich, hab ich, hab ich. Okay, sehr gut, sehr gut. Wow. Struhflinter, Struhflinter. Struhflinter, Struhflinter. Okay. Weiter geht's hier, komm. Nein, diese Bombe. Schnell, Geisel, komm mit. Entschärfen, entschärfen. Wir müssen die Bombe entschärfen. Das ist noch eine Geisel, lol. Entschärft er gerade? Ja, entschärft, ne? So, du mit der Papiertüte. Wir müssen die Geisel zum Hubschrauber bringen. Komm, schnell, 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 Kasper, schnell. Das wird nicht einfach sein. Das wird echt nicht einfach. Da drüben, hier. Guck mal. Ich bin schon mal drin hier. Ich mach schon mal, ich mach schon mal. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich starte die Kiste. Haben wir beide geilen? Warte mal. Haben wir beide überhaupt? Warte, ich checke nochmal ab. Hä? Ja, ja, wir haben beide. Wir haben beide. Die sind hinten im Laderaum. Okay, gut, okay, gut. Da sind die beide verstaunt. Oh, sehr gut, ey. Das war echt klar. Oh mein Gott, das war ja eigentlich eine Mission jetzt hier gerade. Ich bin schon echt getroffen auch richtig oft, ne? Ich bin eine Mitarbeiter-Sargent gerade geworden. Ich bin nur ein normaler Sargent. Das ist ja unnormal. Du bist ein über mir, glaube ich, oder? Bin ich ein über dir? Ja, ja, bin ich ein über dir. Boah, wie cool, ey. Also das war echt ein richtig, richtig cooler Auftrag. Das war echt eine Reise ohne Spaß, Alter. Das war echt eine Reise. Alter. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass uns das machen. Ab. Das soll es für die Video gewählend sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Check gerne die beiden Videos aus. Dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.